Hallo und willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Master Builders. So ein Einkaufswagen. Ähm... Ich nehme mal das hier. Ich nehme, ähm... Das hier und, äh... Ja. Okay. Ja. Das, ähm... Sieht bisher noch gar nicht gut aus. So. Der will schon ja oft gerade. So. So. so verbinde ich jetzt hier die zwei achsen und kommt hier oben jetzt so quasi so ein gitter rauf wie man es ja von einem einkaufswagen kennt und sie das gerade sehr schlimm aus irgendwie erinnert es mich auch an den rippen ich weiß nicht warum aber ich glaube ich könnte auch ein skelett daraus machen okay so hier sind auf jeden fall noch mal mehr könnt ihr einen einkaufswagen bauen ich zumindest nicht ich würde jetzt sagen noch noch eine schicht dann müsste das erstmal reichen dann ist hier quasi hinten von also die rückseite von dem einkaufswagen das wird auch mal ein bisschen mehr auf die zeit achten ich habe ja gar keine zeit mehr wirklich so und jetzt wie mache ich das okay irgendwie ist das sehr schlimm aus ich schäme mich schande der einkaufswagen der schande so ich weiß gar nicht wie ich jetzt weitermachen soll das ist einfach nur schlimm ich hoffe man sieht wenigstens die idee dahinter jetzt kommt hier einfach der griff quasi ran sieht sehr schlimm aus eigentlich wollte ich das komplett anders bauen aber so wenn man es wenigstens irgendwie erkennen war es noch circa eine minute so hier muss ich das noch machen jetzt sag einfach ich bin fertig okay so schlimm sieht es gar nicht aus aber es ist irgendwie sehr schlimm es ist irgendwie wohl vielleicht noch verändern schnell so okay ja es gibt so eine essenssache es gibt so eine köpfe die man sich holen kann das wäre schön herausfinden hat jetzt einfach die sache genommen wo meine maus noch drauf war ich würde eigentlich grauenfall machen ich mache jetzt einfach mal schlecht okay doch okay 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 ach so ein kind sitzt im einkaufswagen das kennt man ja also ich finde das gut das sind auch diese essensköpfe wisst ihr wie man an die rankommt schreibt es mal bitte in die kommentare ja das wäre natürlich der simple weg gewesen den hätte ich auch machen können das ist meins legendär ich mag das ambus geräusch ich weiß nicht ob man es in der aufnahme hört aber immer wenn ich für mein eigenes bauwerk versuche abzustimmen kommt ein ambus geräusch gewonnen hat das kind im kinderwagen ich bin vierter platz ja jetzt gab es aber in weit nur vier spiele okay es gab es gibt fünf spiele so das war es dann mit dem video ich hoffe es euch gefallen wenn es euch gefallen hat könnt ihr gerne ein like da lassen wenn ihr kein video mehr verpassen wollt abonniere den kanal und aktiviert die glocke tschüss bis zum nächsten mal euer friskrafter so